Leute, ich bin die Lutzka und bin ich daher für die Restaurant in der Tour. Es ist ein super Restaurant, es ist super und es geht um. Ja, es geht um. Daher ist es super. Ich bin im Kino, es ist ein super Service und daher ist es super. Gut. Na, muss ich sagen, ist das alles cool? Alles geben und muss ich sagen, es ist noch super. Hallo Damen. Was geht, hallo? Haben Sie was gegessen? Wir haben sehr gut gegessen hier, wir sind sehr zufrieden, der Service ist ausgezeichnet. Du warst da auch zufrieden, oder? Ja, sehr herzlich. War das sehr gut? Das war sehr gut, das Essen war hervorragend und die Cocktails sind ausgezeichnet. Und wir haben noch eine junge Dame mitgehabt, die hat ein Cola getrunken und eine Kinderschnitzel und der hat das auch super lecker geschmückt. Was sagst du noch dazu? Das ist auf Holpino. Ja, schauen Sie. Da in dem Thun ist super Restaurant, Kino, können Sie da fahren mit dem Auto und essen, gehängst im Kino. Ich weiß nicht noch was, aber dieses Video ist super. Ist das in Thun, in Österreich? Und gebt mir ein Like und Tschüss.